es gibt mal wieder neues video und zwar dreht es sich heute nicht um hardware oder um nen talk oder irgendwas in diese richtung nein wir reden heute über ein stück software und ich habe mit chat zusammen ich glaube vor zwei oder drei tagen sehr lange gesessen und das bisschen optimiert hin und her probiert und ab jetzt für mich die perfekten einstellung gefunden und ich würde euch gerne mal race lab vorstellen ich möchte gleich mal vorweg dazu sagen und das zeige ich euch auch gleich von anfang an und zwar race lab könnt ihr euch for free runterladen kommt mit ins spiel und es gibt einige features die sind versteckt hinter der paywall denn das programm finde ich persönlich sehr umfangreich und dafür kann man auch bezahlen nichtsdestotrotz möchte ich gleich vorweg sagen dass ihr entweder die free version haben könnt ich zeige euch auch gleich was das bedeutet oder ihr könnt die pro version haben ich möchte fairerweise deklarieren ich habe das vorher sechs monate bezahlt ich selber und jetzt habe ich eine 24 monatige premium membership von den erstellen dieser app bekommen das ändert aber nichts an meiner ansicht zu dem programm und ist auch in keiner form in irgendeiner also in keiner form bezahlt kommen wir mal zu den overlays der ein oder andere mag das hier schon an der seite rausblitzen sehen wir gehen mal kurz rein in acc wir haben jetzt oben links an der ecke können wir sehen dass wir dort alle fahrer aufgelistet haben man kann hier auch das safety rating sehen an der linken seite hier als auch die elo wir können das auto sehen wir können die gap sehen die wir dorthin haben und auch die letzten runden zeiten der fahrer und unten haben wir das delta mit der strecken temperatur als auch der außen temperatur plus wie viel abstand wir haben das ist die relatives nicht das delta verzeihung ich habe noch mit reingemacht wie lange die leute schon am stinten sind also wie lange sie draußen sind bis zum nächsten boxen stopp als auch der boxen stopp per se ob sie drinnen sind oder nicht und die out lab oder nicht dann habe ich unten neben den reifen hier an der stelle könnt ihr sehen dass ich dort meine runden zeiten habe das heißt ich kann hier an der stelle sechs meiner runden betrachten mit dem delta zusammen wie die tendenz ist was für mich persönlich sehr sehr schön ist um zu sehen wie eventuell der reifen abfall ist was man falsch gemacht hat oder nicht und oben drüber habe ich noch das delta und in der mitte wenn es jetzt angezeigt wäre würde werden noch die flaggen drin das ist aber noch bei weitem nicht alles ihr könnt so viele sachen einstellen dass es einfach in zähn kann hilfreich sein muss nicht hilfreich sein ist persönliche präferenz wenn wir uns zum beispiel jetzt mal die relatives angucken was ich jetzt unten links habe ja ihr könnt erstmal die einfachen sachen einstellen dass es in der garage also wenn ihr in die garage geht dass es nicht angezeigt wird beispielsweise was ich super schön finde das heißt wenn ich jetzt return to garage macht ist alles weg man kann nichts sehen sobald ihr wieder auf drive geht wird das eingeblendet und poppt langsam wieder auf was ich unfassbar schön finde ich habe vorher ganz viel rumgedengelt mit ich habe mir eine Taste belegt habe wieder eine taste dass das wieder eingeblendet wird bis ich diese option gefunden habe und habe mich sehr darüber gefreut was ihr noch mehr einstellen könnt ihr könnt die driver infos einstellen wie viele fahrer vor euch sind wie viele fahrer hinter euch sind ihr könnt die nummern dort anzeigen lassen was jetzt beispielsweise bei mir links oben auch mit drin ist ihr könnt die distanz anzeigen physisch ihr könnt sogar die physische distanz anzeigen also ihr habt wirklich sehr 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 viele möglichkeiten dinge einzustellen ihr könnt die ratings könnt ihr mit angeben also wie es jetzt hier aussieht mit dem safety rating wie es aussieht mit dem lfm rating plus die gains sind auch da drin was ich super geil finde das heißt sagen wir mal du startest auf 9 dann wäre daneben in einem rennen würde dir angezeigt werden okay du kriegst null punkte wenn du auf 9 bleibst wenn du aufsteigst sagen wir mal du wärst jetzt auf 3 kriegst du 115 elo dazu das heißt du kannst live während des nur rennen fährst also dieses ganze die ganze rating integration hast du dort mit drin und du kannst es sofort sehen was ich persönlich unfassbar schön finde weil es das so kleiner kicker ist ein bisschen motivierter daran zu gehen als frei aufzufahren das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden ob er das cool finden oder nicht cool finden deswegen hat man die möglichkeit hier alles an und aus zu machen bei den ratings muss ich extra dazu sagen könnt ihr ja sehen das ist für pro member also das ist beispielsweise eine funktion die versteckt ist für die pro version ihr könnt aber das generelle widget wie ihr sehen können sind ja auch sehr sehr viele oder größtenteils auch die meisten funktionen for free was man hier noch einstellen kann du könntest beispielsweise die feste slab noch mit einblenden was ich jetzt oben habe das ist für mich aber die latest und das könntest du auch noch mit integrieren und dann hast du das alles auf einen blick für mich persönlich ich halte es so kompakt wie möglich weil es im stream drin ist und ich mag es nicht so gerne wenn das verdeckt ist aber wir kommen gleich noch mal zu einer anderen sache wo ich als streamer oder als streamer noch mal aufmerksam machen möchte denn da gibt es noch einen kleinen trick du kannst auch was ich persönlich sehr schön finde ist du kannst halt die stint informationen mit reinmachen du kannst mit reinmachen ob leute auf der outlab sind oder ob sie nicht auf outlab sind du kannst die current stint info reinmachen wer da gerade drinnen sitzt wer da nicht drinnen ist also wer gerade fährt wie lange er fährt wie lange er draußen ist so dass du dir beim fahren eventuell errechnen kannst oder schauen kannst ob sich ein undercut lohnt ob sich eine overcut lohnt das heißt du hast alles auf einen blick das schöne an der ganzen sache ist du musst das für dich selber beispielsweise gar nicht einblenden sondern du kannst das ganze auch einfach als overlay in dein obs einbinden oder expert oder was auch immer deine software ist mit der du streams in einer browser source ich zum beispiel mache das auch mit einem anderen feature und zwar dem garage monitor wenn ihr jetzt mal beispielsweise wenn wir in den garage gehen und wir gehen jetzt mal auf setup sollte in der theorie das klemmt bei mir manchmal weil das durch das netzwerk gehen normalerweise würde jetzt in der mitte in fenster auftauchen wir werden gleich mal gucken ob wir das zum lauf kriegen ich habe noch nicht rausgefunden warum das nicht geht das liegt nicht am programm das muss irgendwas mit dem mit dem netzwerk zu tun haben aber wir können jetzt hier beispielsweise das garagen cover anmachen und dann müsste in der theorie wenn ich auf setup drücke müsste es angehen macht es aber nicht gut das muss ich da rausfinden vielleicht habt ihr da draußen einen hinweis oder den tipp wie das funktioniert dass ich das wegkriege also um das euch kurz zu erklären du kannst beispielsweise wenn du jetzt einen streaming rechner hast könntest du hier vorne bei localhost einfach die ip adresse dieses rechners eingeben in einem streaming pc und dann könntest du abgreifen und dann würde das jetzt auftauchen im obs und du kannst das noch wieder hin modifizieren wie du möchtest was ich noch drin habe das kann ich euch auch kurz erklären ich habe oben die stand links oben links das könnt ihr ja sehen da habe ich das beispielsweise für mich so eingestellt dass ich die ersten drei sehen kann also wenn ich jetzt hier number of top drivers ist ein pro feature wenn man das haben möchte dann braucht man die pro version dafür ich persönlich finde das sehr sehr schön und sehr sehr wichtig weil mir geht es darum was sie da vorne für rundenzeiten fahren deswegen habe ich zum beispiel wenn ihr oben in das in das overlay reingeht habe ich dort die latest lab das heißt wenn ich jetzt beispielsweise so wie hier auf 28 wäre könnte ich gucken was die drei da vorne fahren weil manchmal was heißt manchmal es passiert relativ oft oft dass wir von hinten fahren und so kann man immer gucken okay holen wir auf haben wir haben wir eine chance wie ist die pace da vorne und dann kann man sich ja immer so als fahrer mehr oder weniger ein bisschen motivation und zu sagen okay meine pace ist gut ich kann pushen 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 und kann das auto noch weiter nach draußen bringen des weiteren habe ich dort auch das rating drin was ich persönlich auch sehr schön finde das hatte ich ja vorher bei den relatives schon gesagt ich habe das hier dann schon angemacht du könntest hier auch deine driver license reinmachen also könntest dir ansehen was sie jetzt fahren ob sie beispielsweise rugi fahren das rote jetzt so hat bronze plus fahren oder s plus schon also silber dann das kannst du dir auch alles anzeigen wenn du da bock drauf hast und genug platz heißt du kannst auch hier an der stelle wieder die rundenzeiten einblenden was ich jetzt auch gemacht habe dass man die latest lab sehen wovon ich eben gerade gesprochen habe du könntest du auch die fastes lab anzeigen lassen also du hast sehr sehr viele möglichkeiten du kannst hier auch wieder die pit information einblenden lassen die ich jetzt aber schon in den relatives drin habe also es gibt sehr 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 viele möglichkeiten du kannst die namen beispielsweise du kannst hier bei der driver info könntest du jetzt auch einfach sagen du möchtest nur den nachnamen haben oder f punkt und den namen um dir einfach oben mehr platz zu geben dann kannst du da auch mehr informationen reinpacken du kannst größer machen du kannst es kleiner machen du hast sehr 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 viele möglichkeiten dann hast du noch die die haar standings das heißt du könntest dir beispielsweise oben an deinem bildschirm könntest du ein widget ranmachen wo du alle fahrer sehen kannst also das kannst du dir als laufschrift auch noch mit einbauen ist vielleicht ganz cool als spectator dass das da immer so durchläuft aber dazu kommen wir gleich noch mal du hast den vier kalkulator kannst du auch mit einbauen das heißt da steht da jetzt sprit drin wieviel du average verbrauchst wieviel runden du noch fahren kannst also das was beispielsweise unten rechts jetzt bei acc also direkt hier unter mir auch drin ist könntest du dir auch einblenden lassen wenn du da bock drauf hast du kannst die flaggen einblenden das hat ja der ein oder andere hier wahrscheinlich oben in der mitte schon gesehen was bei mir auch passiert ist für mich drinnen für den stream per se ich selber bräuchte es nicht weil ich habe ja die led flaggen das macht dann da nicht so einen großen unterschied du hast noch das advanced panel da kannst du dann beispielsweise die temperaturen sehen deine rundenzeiten könntest du sehen deine geschwindigkeit und welche positionen du bist also wenn man da drauf steht das kann man auch alles modifizieren also du kannst hier die die shifter lights kannst du machen das main widget kannst du das mittel widget kannst du ändern die info bar kannst du ändern da kannst du alles reinmachen was du willst was auslebt auslesbar ist also es ist wirklich schon sehr grob modbar einige davon sind wieder pro features logischerweise du kannst auch hier wieder sowie die anderen panels hast du die möglichkeit alles via browser source und obs einzubauen wenn du zum beispiel das wäre mein großer traum aber so richtig konnte ich mich dazu durchsetzen einfach alles runter vom bildschirm alles nackig machen wirklich nur auto du und das was hier um dich rum gebaut ist und dann nur für den stream das zu übertragen aber so wirklich habe ich mich da noch nicht durchringen können jetzt kommen wir zu den features da ist auch wieder der diamant dahinter das sind die pro features da gibt es zum beispiel die telemetrie wenn ihr da drauf steht da kannst du dann auch dein lenkrad mit reinmachen unter den settings da kannst du dann halt auch dein wheel ablohnen und dann siehst du halt wirklich wie das wheel sich bewegt du kannst die klatsch mit einbauen du kannst die gänge da reinbauen also alles was mit input und telemetrie zu tun hat kannst du dort reinmachen als auch wieder über netzwerk einbinden oder über eine über eine browser source dann hast du das head to head das kannst du auch einbinden mit einem fahrer vor dir einem fahrer hinter dir du siehst die sektoren du siehst den abstand du siehst die runden zeiten also wenn das für dich auch eine motivation ist oder für dich nach hinten wichtig ist zum verteidigen dass du sehen kannst wie schnell jemand an dich rankommt hast du auch die möglichkeit das hier rein zu machen du kannst auch sehr viel wieder modifizieren als auch einbinden du hast eine flat map noch dabei die ich persönlich auch sehr cool finde ist auch ein nettes feature wo du dir halt wieder so einen streifen reinbauen kannst du kannst dann sehen wie weit leute von dir weg sind oder nicht weg sind die möglichkeit hast du auch und hier kann man auch wieder alles modifizieren du hast die track map die ich persönlich also da habe ich dem entwickler schon geschrieben ich würde sie gerne drehen können aber es ist aktuell nicht möglich weil man hat nämlich die möglichkeit bei den tracks bei den turns zum beispiel kannst du nämlich die du kannst den namen der der turns anzeigen moment oben könnt ihr jetzt sehen ihr habt alle kurven namen dran also wenn ihr schwierigkeiten habt oder euer team kommuniziert die ganze zeit mit kurven namen wäre das eventuell eine option das so dann zu behandeln so da sind wir wieder mir ist das kurz abgeschmiert warum und wieso kann ich euch jetzt gerade gar nicht so genau sagen aber es hat gerade die biege gemacht was ich auch sehr cool finde also das nächste feature sind data blocks den benutze ich selber auch den data block moment jetzt habe ich mich verklickt mit meinem kleinen maus zeiger und zwar hier oben wo mein maus zeiger ist der ja unschwer zu verkennen ist dort habe ich das delta drinnen weil ich wollte das nicht in irgendwie in den in die anderen in die anderen fenster mit einbauen deswegen habe ich unten bei den runden zeiten die ich persönlich sehr schön finde und mir super helfen habe ich einfach das mit eingebaut dass man dort das delta sehen kann und den pit stop oder den pit box helper oder limiter also helper in dem sinne habe ich selber noch nie probiert da bin ich noch so ein bisschen am experimentieren und gucken was der so kann ob ich den brauche weil ich mag es halt wirklich nicht wenn zu viel auf dem bildschirm drauf ist dann habe ich den lap time lock habe ich selber auch an wie ihr unschwer hier unten erkennen könnt also an der seite hat mir persönlich unglaublich geholfen weil in dem standard overlay was wirklich sehr schönes und super fancy und ganz toll fehlt mir so ein bisschen der überblick wie meine runden aussehen weil auf dauer also dadurch dass wir immer relativ viel und lange rennen fahren kannst du so ein bisschen beobachten hey okay meine reifen brechen ein wo klemmt sie jetzt hat es geklemmt und so hast du das immer ein bisschen im überblick du kannst dir das ganze auch noch als graf darstellen lassen also wenn du das ein bisschen visuell abraust kannst du dir das auch anzeigen lassen und hast auch hier die ganzen möglichkeiten das einzustellen kommen wir mal zu der sache von vorhin die ich erwähnte man kann sich layouts bauen das habe ich jetzt noch nicht gemacht also du kannst dir layouts für alle autos machen du kannst dir die für tracks machen und du kannst dir die für games machen ich persönlich bin davon sehr sehr großer fan weil ich werde mir definitiv noch ein overlay basteln für den stream fürs zugucken weil fürs zugucken können wir nämlich viel mehr informationen auflisten weil dann haben wir ja also da ich ja meistens in der dritten person zugucke können wir das auto von hinten sehen und rundherum alle informationen rein packen das heißt ganz viele menschen von euch müssten beispielsweise nicht immer im pitfall rein diven wenn sie am handy sind oder am tablet und nicht die möglichkeit haben das zu öffnen haben sie somit die möglichkeit alles zu sehen das habe ich jetzt noch nicht eingerichtet werde ich demnächst machen und das mal ausprobieren und dann können wir uns hier quasi einfach wir können jetzt hier mal den namen können wir einrichten wir können hier also wir können das sogar in den stream rein machen also der der editor für die für die layouts ist wirklich richtig gut und da freue ich mich auch sehr drauf damit ein bisschen zu experimentieren also ich habe jetzt natürlich mein standard layout also ich würde jetzt mal sagen wir machen uns mal ein neues so nennen wir das einfach mal acc rennen oder nennen wir das mal acc fahren so dann können wir jetzt hier game mode machen multiplayer dann können wir hier autos lassen wir alle so äh spotter brauche ich jetzt nicht unbedingt aber wir können das jetzt mal so lassen und dann könnten wir uns beispielsweise neues machen zack jetzt hat er wieder zwei gemacht weil die maus äh doppelklick warum auch immer und dann könnten wir jetzt hier sagen acc acc speck und dann sagen wir hier das ist auch äh multiplayer auto bleibt dasselbe und dann könnten wir uns jetzt hier beispielsweise äh das zusammenbauen und einige sachen ändern also wenn wir jetzt äh beispielsweise sagen würden wir äh machen das hier jetzt zu dann wäre das ja anders als das andere und dann können wir hier sozusagen dann das äh layout äh speichern und wir können uns verschiedene machen ich habe mich damit noch nicht ganz so weit auseinander gesetzt werde da nochmal rein diven und mir das genauer angucken und dann gibt es vielleicht nochmal ein folge video dazu ich mache aber mein overlay jetzt mal an wieder dass ich es nicht vergesse sonst äh bin ich irgendwann sehr traurig okay da ist es worauf ich auch noch hinaus möchte ist das ist für streaming also für die ganzen streamer da draußen auch eine menge gibt äh das garagen cover was ich äh gerade erwähnte ähm wir haben auch die möglichkeit den chat einzubinden also das machen ja auch ein zwei leute da draußen von euch irgendwo nochmal ein chat fenster hinbauen die möglichkeit habt ihr jetzt hier mit auch ihr könnt highlights machen also wenn beispielsweise irgendwer von euch ähm irgendwas bestimmtes nur spezifisch zu mir schreibt ähm dann könnte man sich das auch ein äh blenden lassen es gibt ein äh mic visualizer wie ihr sehen könnt dann habt ihr das da auch drin ist auch ein nettes feature äh du kannst mit chat auf jeden fall auch ein bisschen rumspielen und hast hier äh zwei minigames drin äh und dann kannst du dir auch noch äh eine url also das ist quasi auch eine browser store sozusagen einbinden lassen du kannst auch noch äh gewissen text äh anzeigen lassen in dem fenster also du kannst schon eine menge 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 machen äh viele sachen wie ihr seht sind äh hinter der bezahlten version ein großteil ist auch in der free version also wenn ihr bock habt probiert das doch einfach vielleicht mal aus unten in der beschreibung ist der äh link dazu guckt euch das mal an ich persönlich bin ein großer fan davon geworden ich war am anfang auch super skeptisch weil wie gesagt ich hab 2000 stunden immer dasselbe overlay gehabt und dachte mir so ähm finde ich nicht so geil ich sehe aber ganz große vorteile weil wir mehr datensätze haben oder mehr äh mehr sachen bekommen können aus der äh aus den informationen die uns gegeben sind also aus dem standard overlay probiert es einfach mal aus ihr könnt es sich runterladen es ist for free ansonsten ähm 3,90 Euro kostet es im monat wenn ihr es benutzen wollt oder 39 im jahr also ihr spart da noch ein bisschen was im jahr ähm dankeschön an der stelle äh an die jungs für zwei jahre äh für zwei jahre for free ähm und viel spaß beim ausprobieren dankeschön fürs äh zugucken ich hoffe euch hat das gefallen ihr könnt mir ja mal ein bisschen feedback geben ob ihr da auch bock drauf habt ob ihr es schon ausprobiert habt äh wie es bei euch aussieht äh ob ihr auch schwierigkeiten habt euch daran zu gewöhnen ob ihr dann wenn ihr euch daran gewöhnt habt sagt jo das ist mega geil äh lasst euch gut gehen ich wünsche euch eine angenehme zeit tschüss bis dann